Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Jouvi-Dou. Wir haben Sommer, wir haben Frühling, wir haben angenehme Temperaturen und trotzdem fragt sich wahrscheinlich so mancher, wenn er bei uns im Geschäft steht und er wird vielleicht auf eine kleine Wartezeit hingewiesen oder nachgefragt, ob eine Terminvereinbarung vorliegt. Warum? Warum muss ich das jetzt machen? Liebe Eltern, es ist ganz einfach. Ja, die zwei Jahre Corona haben natürlich bei allen sozusagen die Spuren hinterlassen und insbesondere die Kleinsten, die Jüngsten haben manchmal mit dem zu viel an Leuten arke Schwierigkeiten. Manche waren ja sozusagen zu Hause isoliert, da wurde nicht so sehr der soziale Kontakt gepflegt. Manche Kinder sind auch relativ verschüchtert und scheu. Also demzufolge wollen wir natürlich diesen Kunden und diesen kleinen Mäusen auch Rechnung tragen und bestehen in dem Falle oder wünschen uns, ich sage es einfach mal so, wir wünschen uns einfach eine Terminvereinbarung für die Nachmittage und für die Samstage. Weiterhin. Es macht uns das ganze Verkaufen etwas einfacher, weil kein Verkaufen macht Spaß, wenn auf einer kleinen Fläche, ich sage mal sozusagen, sich 20 Leute tummeln. Und die liebe Verkäuferin, die liebe Kinderschuh-Tante schon gar nicht mehr weiß, wer soll sie denn jetzt als erstes ansprechen, wo war ich jetzt gewesen und so weiter und so fort. Wir wollen einfach ein entspanntes und aufmerksames Verkaufen für euch erreichen und demzufolge bitte die Frau Kleeberg in Stötteritz und ich, die Frau Nowak in Golis, darum weiterhin Termine zu vereinbaren. Zweiter oder nächster Aspekt wäre natürlich auch, wer einen Termin vereinbart, riskiert keine Wartezeiten. Wir haben immer diese Rush-Hour in der Woche, spätestens ab 15.30 Uhr, hegen viele Mamis, viele Eltern einfach den Wunsch, spontan Schuhe kaufen zu wollen. Das dürfen sie auch wirklich gerne tun und wir freuen uns da immer über ihren Zuspruch. Aber unseren Räumlichkeiten sind Grenzen gesetzt. Und ich muss immer noch wieder sagen, selbst wenn alle Grenzen oder Vorschriften, Vorgaben von behördlicher Seite gefallen sind, die, die noch immer besteht, ist die Abstandsregelung. Das heißt, selbst wenn wir wollten, wir dürften gar nicht so viele Leute hier reinlassen. Weder in Stötteritz noch in Golis, weil Golis ist ja nur von der Quadratmeterfläche noch ein klein, wenn kleiner. Ja, auch wenn wir uns da sozusagen schön im Raum verteilen, aber trotzdem, wir wollen schon, dass wir nicht mehr dieses Kuddelmuddel haben, sondern wir wollen Entspanntes verkaufen, kleine Rückzugsmöglichkeit für die Mäusels, die dann wirklich ein bisschen Probleme haben, wenn zwei, drei Leute mehr im Laden sind oder auf einmal eine fremde Kinderschuh-Tante zu nahe kommt. Ja, deswegen unsere herzliche Bitte von mir und meinen Mitarbeiterinnen, seid so nett, macht das, nutzt die Zeit, es erspart euch den Ärger, es erspart euch die Wartezeiten. Und wie gesagt, gerne gesehen seid ihr so oder so. Und wir werden das auch weiterhin immer so einplanen, dass neben den Terminen immer spontan Käufer mit dazukommen können, aber es können nicht immer so viele halt rein, wie manchmal gerne möchten. Einfach ein bisschen Verständnis, ein bisschen Nachsicht und ein bisschen Einsicht, das wäre toll. Danke.